Es ist fünf vor acht am Samstag, den 14.09. im Jahre 2024 und ich bin Lutz Reinhardt von profischnapp.de. Das hier sind die beiden Aktionen des Tages. Aktion des Tages Sessel Fabiana von Thomas Machalke, Tommy M. in Leder Wilderness bezogen. Heißt es so? Ja Wilderness Blue. Und hier wird das Leder falschrum aufgezogen. Also wo sie drauf sitzen. Das ist die Unterseite des Leders. Die ist komplett rau. Das zeige ich Ihnen mal kurz. Moment. Ich gehe vor die Kamera und hole sie. Und dann sehen Sie hier das Leder. Es ist einzigartig falschrum bezogen. Und das bringt natürlich den besonderen Flair wie ein Lubuk Leder nur brutaler. Ich stelle sie jetzt wieder ab. Moment. Jetzt habe ich es nicht mehr ganz. So. Nur brutaler. Die Atmungsaktivität des Leders ist aber gleich. Denn entweder ist Leder offenporig verarbeitet, dass die Luft durchkommt oder eben nicht. Und hier sehen Sie jetzt mal was das heißt. Anilin-Färbung. Die Farbe geht durch und durch. Das ist die Rückseite und das Blau ist genauso wie auf der Vorderseite. Sie sehen das hier. Wenn Sie das hier jetzt umdrehen, dann ist es auch blau. Was soll das? Nun, man muss immer wieder Außergewöhnliches probieren. Die Nähte sind hier durch Doppelnähte betont. Ziernähte. Und der Sessel ist zu 360 Grad drehbar. Ein wunderschöner Sessel. Viel Platz im Sitzen. Der Rücken etwas fester. Das Sitz wie bei Tobi M normal. Mittel. Nicht zu fest. Nicht zu weich. Sessel etwas breiter. Also auch Leute mit 100 Kilo passen da rein. Und ich finde halt schön, wenn man sich eine kleine Leseecke macht durch die Sessel oder wenn man mit einem Sessel oder eine größere Zone mit zwei Sesseln, dann hat man wirklich auch den Pep in der Wohnung. Das bestimmte Flair. Diese Sessel sind einzigartig und ich bin froh, dass ich sie habe. Nun, jetzt möchte ich ja alles hergeben, weil ich in der Aktion Räumung mindestens 75% der Ware verkaufen darf, soll, muss, damit dann das Ende klappt. Den Rest verkaufe ich an einen Mitbewerber. Mehr nimmt er aber nicht ab. Und deshalb habe ich Fabiana von 888 Euro reduziert auf 621 Euro. Und jetzt in der Aktion des Tages. 14.9. Stück. Nur 555 plus Versandkosten. 555 Euro für einen Sessel Fabiana. Ist das nicht wild? Ich finde es wild. Wenn Sie sie haben wollen, schnell klick machen, denn ich habe nur zwei davon. Wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie was anderes wollen, dürfen Sie mich gerne kontaktieren. Per E-Mail, per Chat oder oder per Telefon oder live hier in Impfungen. Zwei Gedanken auf einmal. Muss man aufpassen. Ich freue mich, wenn wir uns vor meinem Geschäfts-Ede noch mal sehen. Danke und Tschüss. Ihr Lutz Reinhard von profischnapp.de